Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir starten hier auf dem Questlog, weil ich euch mal wieder meinen Lieblingsquest vorstellen wollte. Freut ihr euch auch um einen Keks, wenn ihr diese Quest bekommt? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich freue mich immer riesig, ey. 100 Gold, ey gut 7 Siege, beliebige Klasse, aber ich kann auswählen, mit wem ich spielen will. Mir geht es immer viel mehr auf den Sack, wenn ich 3 Siege mit irgendwas machen muss, worauf ich eh keinen Bock habe. Und was zocken wir heute? Wir fangen mal an mit dem Paladin, ja. Den haben wir schon länger nicht mehr gezockt. Ich bin gespannt, was wir als Gegner kriegen. Irgendwie hat Blizzard ja auch zur Zeit durchgehend Probleme, ne? Also, bei Hearthstone. Irgendwie steht jedes Mal, wenn ich mich einlogge, steht da, ähm, Probleme in der Sammelkarte, äh, in der Kartensammlung, Probleme beim Einloggen, dann, ähm, wir wissen, dass die Spieler öfters mal aus dem Spiel rauslegen oder was auch immer. Da steht ja aller Scheiß. Aber ich hatte seit 2 Wochen, glaube ich, kein, habe ich mich nicht mehr eingeloggt und da war einfach mal nichts. Nein, immer durchgehend ist irgendein Problem. Und das bei so einem simplen Spiel, also da, mhm. Ich glaube, da sollte so eine große Spielefirma wie, äh, Blizzard einfach vielleicht noch mal ein, zwei Leute einstellen für, äh, das Projekt Hearthstone, wenn sie da so eine großen Probleme haben. Vor allem, weil Hearthstone ja zum, zur Zeit, also gefühlt, ist Hearthstone das Steckenpferd, ne? Also, was läuft so gut wie, wie Hearthstone zur Zeit bei, bei Blizzard? Diablo? Nö, ist schon, ist schon, äh, wieder, sag ich mal, der Hype ist schon wieder verflogen. WoW? Ja, schlendert durchgehend so auf einer, äh, auf einer Welle, sag ich mal, aber nicht so krass, dass es mit Hearthstone mithalten könnte zur Zeit, oder? Und Heroes of the Storm, habe ich so das Gefühl, das ist mittlerweile gefloppt. Weil, weil, das Spiel einfach, halt nicht die Erwartungen erfüllt hat, die die meisten Spieler daran hatten. Also, meine ganzen Kollegen, die sind ja gar nicht mehr online. Gar nicht. Die zocken das nicht mehr. Die haben das teilweise, haben die das eine Woche gezockt, und das war's. Ich hatte das Spiel erledigt gehabt, und ich zock's auch jetzt, halt gerade durch mein Internet bedingt, nicht mehr mache ich keine Let's Plays dazu, aber, wenn ihr das Internet wieder geht, werde ich wieder welche machen, aber, an sich, das Spiel, hat mich halt enttäuscht, ich hab viel mehr erwartet gehabt. Das ist ein bisschen blöd. Ja, aber, sie können ja noch was dran machen, vielleicht, vielleicht verbessern sie es ja noch so. Mich nervt zum Beispiel, dass ich immer das Zufallzett nehmen muss. Ich hab da keinen Bock drauf, immer irgendeine Map zu spielen, die ich kein, die ich gar nicht zocken will. Hm? Das geht mir auf die Eier. Oder, ähm, was mich auch nervt, ist, immer wieder, dass die neuen Helden, die kommen, werden immer erst mal OP gemacht, um dann genervt zu werden. Einfach nur, ja, wir machen das erst mal, machen wir den Zugrad, damit alle Leute den kaufen. Und dann, wird er einfach genervt. Was sonst, oder? Danke. Ja, komm. Danke. Jo, perfekt. Gut, er wird ihn zerweckbauen, aber, wird wahrscheinlich seinen Mana-Würm dafür opfern müssen. Auf jeden Fall. Hm. Auf in die Schlacht, Marde! machen wir mal so die nächste runde spielen wir dann schwert der gerechtigkeit aus ich wollte ja auch schon länger mal wieder meinen rücken meinen kartenrücken ändern aber egal Hauptsache er verballert all seine zauber um fast nicht zu reißen am besten jetzt noch ein frostbitz auf ihn nur damit er ihn weg bekommt da würde ich mich drüber freuen pure verschwendung sonderlieferung aber ich bin gespannt ob er noch ein paar hardcore kreaturen hat weil mit so billig kreaturen wird es jetzt schwierig wenn jetzt auch gleich noch dr. Boom und Silvanas kommen Ja komm, setz'n Schieb'n ein. Perfekt. Für so'n Müll... Du nicht nehm'n Kerze! Hm. Ne, das geht eh nichts. In den Kampf! Ich wollte die Regeln! Mach'n mal so. Und jetzt hoffe ich, dass er für diese zwei Kreaturen schon Flammenstoß einsetzt. Komm, hau deinen Flammenstoß raus. Es ist hoffnungslos, du musst es tun. Komm schon. Los, Babyboy. Los, Kutu. Amazing. Ich hab' den Flammenstoß. Für solche Kleinigkeiten hat er... ...einfach mal wieder zwei Zauberfaktoren. Na, ist noch mal Schieb'n am Start. Oh, nur ein Schaden, ey. Oh, nur ein Schaden, ey. ...dass ich den hier noch auf der Hand behalte. Oh, so wenig! Wie wär's denn mal mit vier? Vier Schaden in die Phrase rein. Vier Schaden in die Phrase rein. Dann kann er sich jetzt ein Zauberflinig suchen in die Haare schnieren. Zumindest wird kein Flammenstoß drin sein. Kutuk. Feierabend hier. In mir hast du deinen Meister gefunden. Ich. Ja, Leute, dann hauen wir gleich die nächste Runde hinterher. Ich hab' schon mal den ersten Sieg für unseren Quest errungen. Ich hoffe ja, dass das nächste Spiel ein bisschen flotter geht. Das war eben schon wieder etwas zäh. Das mag ich nicht an meinem Parler und an meinem Priesterdick. Das dauert oft so lange und am Ende verlierst du da auch noch. Das ist so ärgerlich. Dann tust du dir so eine mega lange Runde an und dann am Ende mal zu verlieren, ey. Oh, das nervt, ey. Oh, der Friedensbewahrer. Weitest ihn auf der Hand. Nö. Auch echt. Ja, perfekte Hand. Nicht. Wenigstens ein Nervotron am Start. Den Kartenrücken hab' ich gar nicht. Sind der halt. Der zweite Nervotron am Start. Läuft. Der zweite Nervotron am Start. Läuft. Voll in die Fresse, ey. Ob der sich davon erholt, ey. Ist ja eigentlich fast ein K.O. Punch. Versch. Der kommt. Er ist zu nerven, oder ist das? In den Kampf In your face, bitch Schitte versorgen Yo Holen wir mal unsere Waffe raus Und mit Zeitlein ins Gesicht Wie ist es noch in Ordnung? Äh, hässlich Für die Gerechtigkeit Das ist eigentlich auch eine neue? Eine von den neuen Karten, oder? Fernsicht Ähm Ich finde, das fehlt hier noch ein bisschen Man kann ja eigentlich nicht erkennen An den Karten, oder? Man kann nicht an den Karten erkennen Von welcher Ähm Serie die sind, oder? Oder kann man das doch hier an den Seitenverziehung Ich bin mir da nicht so sicher, aber Für mich auf jeden Fall Nicht ganz eindeutig In den Karten Wo hier? Für die Gerechtigkeit Ähm Scheiße Der hat auch dicke Monster drin, glaube ich In seinem Deck Das wird auch ein Waffe, äh Ein Deck mit schweren Geschützen sein Ähm Ähm Schon der nächste Boy Wir fahren auch dann mal die Geschütze hoch Wo? Wo? In den Kampf Für die Gerechtigkeit Mal gucken, ob er den jetzt frockt Könnte ich mir gut vorstellen Aber ich habe ja noch Silvanas in der Hinterhand Ja 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 Was sonst? Am besten jetzt noch auf alle 2-3 Schaden Also diesen Gewitter Ja Bitch Was ist das denn, man? Ach Ein Glück kein Sporter, ey Das hätte mich unterschiedlich wir haben die ganze zeit unsere kleine armee little army yo rekruter silberhand muss noch mal diese epische kaufen mit dem man die rekruten der silberhand auf pusht ich habe das hat mich schon einige mal zur aufgabe das finde ich echt übel ja egal wir haben ja hier killer combo am start das werden wir auch gleich machen denn sowas so was lassen wir uns hier nicht bieten bei meinen kräftung kommt das richtig böse endlich mal ein mit den kampf yes we can hoffentlich hat er keinen mech oh ich bin noch kein mech b-tsch ich bin noch kein mech Ja genau, Hauptsache du nimmst dir die richtige Kreatur Ist klar my man Für die Gerechtigkeit Wir müssen noch so einen dicken 1 1er hinsetzen Ich bin nicht mit diesen anstrengenden Kreaturen die ganze Zeit Das war dumm Das ist ein dicker Los kein froggen Los kein froggen Ich habe schon mal ein dicker Heal Aber sowas von Boom Was wer damit gerechnet hat Niemand darf überleben Für die Gerechtigkeit Das darf man Wankern 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 Menschen Menschen Somebody Sie Teil Ein Foi Trinkt er sowieso nicht, wir können jetzt die Kreaturen von ihm eh nicht weghauen Nein, ist nicht sein Ernst, Alter Zieht er erstmal genau die Kreatur, die jetzt ziehen muss Nicht sein Ernst, Alter Ja, das war's Scheiße Können wir nix machen, bringen ja alles nix Ist jetzt dadurch, dass er so dumm ist, mich nicht anzugreifen Scheiße So ein Lackermann, nur weil er ihn am Ende noch geschlossen gezogen hat Denn sonst hätte er verloren gehabt Die Missgeburt, Alter So eine Missgeburt, Alter Spassi Na gut Leute, das war's mit dieser Folge Wenn es euch gefallen hat, lassen Sie einen Daumen da Und abonniert den Kanal Bis zum nächsten Mal Ciao